Sie hören Ilona Hartmann. Land in Sicht. Gelesen von Nina Reitmeier. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Tag 1 Im Inneren des Schiffs ist es dunkel und kühl. Bordeaux-roter Marmorboden, goldene Handläufe an den Treppen. Links von mir sitzt hinter einem Tresen eine Frau mit einer schmalen Lesebrille. Es ist alles genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hallo, sage ich leise. Ich würde gerne einchecken. Die Rezeptionistin, auf deren Namensschild Ivanka steht, blickt mich über den Brillenrand aufmunternd an. Willkommen an Bord. Das hier müssen Sie noch ausfüllen. Sie schiebt ein Klemmbrett mit einem Formular und einen Kugelschreiber über den Tresen. Mit klammen Fingern greife ich danach und trage zittrig einen Namen ein, von dem ich hoffe, dass es meiner ist. Jana Bühler. Wahrscheinlich 24 Jahre alt. Wohnhaft irgendwo Adresse vergessen. Den Rest weiß der Personalausweis, den ich auf Nachfrage aus der Tasche angle. Auf einen Decknamen habe ich verzichtet. Ich glaube nicht, dass der Kapitän Einsicht in Passagierlisten hat. Hier, Ihr Kabinenschlüssel. Im winzigen Vorraum des WCs bleibe ich am Spiegel stehen. Ich sehe aus wie eine schlechte Party. Mein Gesicht ist fahl und auf den Wangen haben sich unregelmäßige rote Flecken ausgebreitet. Ein Schweißfilm glänzt über der Oberlippe, auf der Stirn und dem Nasenrücken. Seit ich an Bord bin, habe ich verlernt, mich wie ich zu verhalten. Damit hatte ich gerechnet. Aber natürlich auch ein bisschen gehofft, falsch zu liegen. Über die Lautsprecheranlage ertönt eine Durchsage. Liebe Gäste, wir legen in 30 Minuten ab. Ihren Kabinenschlüssel erhalten Sie an der Rezeption. Bitte finden Sie sich in 15 Minuten im Salon auf dem Oberdeck zur Begrüßung ein. Vielen Dank. Wie ferngesteuert gehorche ich. Der Salon, ein langer Raum mit niedriger Decke, vielen Plastikpalmen und absurd vielen Säulen, fühlt sich nach und nach mit Gästen. Ich stelle mich ganz hinten an die Wand und blicke auf ein Meer silberner und kahler Köpfe. Das monotone Surren der Deckenventilatoren, das sanfte Schlurfen der Schuhe über den Teppich und das gedämpfte Murmeln der Reisegruppe beruhigen mich. Zum ersten Mal wird mir bewusst, die sind alle mindestens so alt wie meine Großeltern. Die einzige Ausnahme ist ein junges Paar um die 50. Ich atme mit der Gruppe ein und aus. Ich bin hier. Alles verläuft so, wie ich es vorhatte. Noch. Reiseleiter Jo, eine gut gelaunte Ruine von schwer zu schätzendem Alter, betritt die kleine Bühne im hinteren Teil des Raums. In trippelnden Schritten rücken die Gäste in Nähe heran. Ich selbst komme in einer Palme zum Stehen. Jo trägt bunte Schuhe, eine selbstbewusst enge Hose und eine Sonnenbrille im lichten Haar, die aussieht, als würde sie gleich abstürzen. Er eröffnet die Veranstaltung mit einigen einleitenden Worten. Und zum Schluss, bei Fragen oder Problemen wenden sie sich gerne jederzeit an uns. Wir können bei allem helfen. Außer vielleicht bei dicker Luft in der Kabine. Jo zwinkert, wie wahrscheinlich jedes Mal an dieser Stelle. Diejenigen, die als Paar angereist sind, lachen verhalten, wie wahrscheinlich jedes Mal an dieser Stelle. Der Tagesablauf auf der MS Mozart folgt einer Grundregel. Die Gäste müssen immer entweder satt, betrunken oder beides zugleich sein. Frühstück ab 7 Uhr, Mittagessen um 12.30 Uhr, Kaffee und Kuchen um 16 Uhr und Abendessen wird um 18.30 Uhr serviert. Wann und wo wir an- und ablegen, ist auf der Routenkarte im Foyer markiert und wird täglich bei der kurzen Gruppeninformation um 17 Uhr angekündigt. Das Unterhaltungsprogramm ist dezent. Keine Bingo-Abende, aber es gibt Gesellschaftsspiele zum Ausleihen, abgegriffene Spielkarten, einige Bücher, diskrete Animationen und eine ab 10 Uhr geöffnete Bar. Abends, ab 20 Uhr, bedient Bordmusiker Bob das Keyboard und spielt, grob zusammengefasst, das Zweitbeste von gestern. Unter den Gästen freuen sich einige sichtlich über das Unterhaltungsangebot. Noch vor ein paar Tagen hatte ich Witze darüber gemacht. Jetzt schäme ich mich für meine Häme. Als ich in meine Kabine zurückkehre, steht dort der monströse Koffer. Die Klimaanlage war nicht eingeschaltet, sodass sich die warme, feuchte Juli-Lüftung... Die Klimaanlage war nicht eingeschaltet, sondern das Zweitbeste von gestern.